hallo da sind wir wieder das ist informatik 1 ich grüße euch das ist das erste video zum chapter 2 zum kapitel 2 neues kapitel neuer hintergrund hier mehr hinter mir das ist die wüste von tatooine und das ist ein richtig gut passendes bild wie ihr gleich sehen werdet das passt gut zum content den wir uns hier gleich im chapter 2 antun werden okay lasst mal schauen was auf dem speiseplan steht okay chapter 2 ihr seht den hinweis hier auf den folien top down entwurf okay also eine bestimmte art und weise komplexere programme zu konstruieren aber wir haben bisher erst ganz ganz einfache probleme und programme konstruiert und auch das was wir jetzt hier in diesem chapter machen ist dann doch im vergleich zu den dingen die wir im laufe des semesters machen werden dann doch eher noch einfach aber die idee die wir jetzt gleich besprechen werden die idee die hinter der konstruktion komplexer programme steht die steht in stein gemeißelt das ist etwas was man anwenden kann auch wenn die probleme so richtig heftig komplex werden okay lasst uns kurz ein gefühl dafür bekommen was wir mit top down entwurf an der stelle meinten okay also die generelle frage die ich mir an der stelle in diesem chapter stellen möchte ist wie strukturiert man eigentlich so ein programm so eine funktion oder vielleicht eine ganze menge von funktionen die ich schreiben muss wenn das zu lösende problem komplexer wird komplexer als so ein parkplatz problem zum beispiel okay klar ich könnte natürlich versuchen das ganze problem irgendwie in eine funktion zu sperren ja in eine große dann wahrscheinlich monolithische funktion monolithisch bedeutet an der stelle ich baue eine funktion diese eine funktion kümmert sich um die lösung des gesamten problems die gesamte logik findet sich in dem body dieser einen funktion wie auch immer sie heißen mag vielleicht f f ist mein programm okay ihr seht schon dass ich die entsprechende alternative hier durchgestrichen habe ja also der ist eigentlich hier durchgehen so genau weil das eine alternative ist die in wirklichkeit keine ist sehr schnell werden die probleme so groß dass unsere funktionen so groß werden würden dass sie einfach keine sinnvolle struktur mehr aufweisen bestimmte fehler in dieser funktion werden ungeheuer schwer zu finden sein diese funktion in kleinere teile zu zerteilen wird die antwort sein und in kleinere teile zu zerteilen bedeutet an der stelle nicht irgendwie auch komm lass mir die ersten drei zeilen anschauen lass mir die zweiten fünf zeilen anschauen oder sich in irgendeiner art und weise an den zeilen oder an dem layout oder an der syntax an den geschriebenen meiner funktion zu orientieren das wird es auch nicht sein okay das ist etwas was man vielleicht gemacht hat als man noch in basic programmiert hat und die einzelnen zeilen seines programms durchgenummeriert hat und in bestimmten zeilen bereichen von zeile 1000 bis 2000 passiert das folgende und von zeile 2000 bis 3000 passiert das folgende das ist vielleicht eine strukturierungsmöglichkeit die damals wie ganz gut funktioniert hat das ist etwas von dem wir hier die finger lassen werden weil es deutlich clevere methoden gibt komplexe funktionen für komplexere probleme zu strukturieren okay die antwort die viele da draußen viele die software konstruieren wie sie brücken konstruieren wie wir das in der einführung schon diskutiert haben die antwort die viele darauf finden die größere probleme in funktionen die es müssen finden ist hey wir werden unser problem unser großes komplexes problem in kleine teilprobleme zerstückeln die lösung der teilprobleme zusammengenommen ist eine lösung unseres großen problems der vorteil ist sobald ich irgendwie den handle an diesen teilproblemen habe sobald ich den fokus auf einen bestimmten teil eines problems irgendwie lenken kann kann ich auch meine implementations arbeit auf diesen einen teil lenken ich werde einzelne funktionen für die kleinen teilprobleme bauen und eine gesamtlösung ein gesamtprogramm aus diesen vielen einzelnen funktionen zusammensetzen diese funktionen werden sich wahrscheinlich gegenseitig aufrufen die müssen irgendwie miteinander kommunizieren ebenfalls zerteilung eines problems in viele kleine teilprobleme zerteilung eines programms in viele kleine teile funktionen an der stelle wird hier an der stelle die die antwort sein und dabei werden wir wieder abstraktion einsetzen abstraktion bedeutet es schon bei den lande abstraktionen dass wir an einer bestimmten stelle zu einem bestimmten zeitpunkt uns nicht auf das konkrete einlassen auf einen konkreten wert den ich an eine funktion übergebe sondern an einen parameter den ich später mal irgendwie austauschen kann wir haben irgendwie von einem konkreten wert abstrahiert und uns erstmal damit zufrieden gegeben nur von einem parameter zu sprechen der später noch ersetzt werden kann und so ähnlich werden wir das hier an der stelle auch machen wir werden uns beim programmieren einen fokus auf ein teilproblem lenken andere teilprobleme sind zu diesem zeitpunkt bestimmt noch nicht gelöst das ist uns an der stelle egal wir fokussieren uns auf das eine teilproblem und gehen einfach wishful thinking mäßig wunschdenken mäßig davon aus dass wir oder jemand anders sich um die lösung der anderen teilprobleme schon gekümmert hat oder noch kümmern wird wir schreiben unser programm unter der annahme dass sich die anderen teilprobleme schon lösen lassen werden oder vielleicht sogar schon gelöst wurden okay so können wir zu jedem zeitpunkt unseren fokus auf ein teilproblem und auf eine funktion die wir gerade schreiben lenken okay dann stellen sich natürlich die fragen okay aber irgendwann irgendwann müssen wir doch irgendwie anschauen wie diese anderen teillösungen diese anderen funktionen aussehen vielleicht gibt es diese anderen teillösungen ja überhaupt gar nicht okay natürlich kommt irgendwann der zeitpunkt wo diese anderen teilprobleme auf dem tisch sind wo die dann im fokus sind und zu dem zeitpunkt werden wir erst dann uns um diese teilprobleme und die anderen teillösungen kümmern und wir werden immer unter der annahme operieren es werden sich schon lösungen finden lassen falls nicht haben wir sowieso ein größeres anderes problem das ganze nennt man wie schon gesagt habe so wishful thinking programming oder programmieren mit wunschdenken oder manchmal auch programmieren mit black boxes genannt ich programmiere mit funktionen die ich später vielleicht mal schreiben werde oder jemand anders für mich schreiben wird ich gucke aber zu diesem zeitpunkt in diese funktion überhaupt gar nicht rein wie die intern implementiert sind i don't care zu diesem zeitpunkt das ist eine black box für mich die ich irgendwie nicht durchdringen kann in die ich nicht reinschauen kann zu dem zeitpunkt wo ich mich um das eine teilproblem kümmere sind mir die internas der black box zu dem zeitpunkt vollkommen egal es gibt auch einen technischen begriff dafür mit dem man tatsächlich hausieren gehen kann wunschdenken und black boxes hört sich so ein bisschen nicht technisch und informal an das ganze nennt sich top down entwurf und das hat auch einen guten grund wir werden das gleich an der stelle in unserem beispiel problem das wir gleich lösen werden werden wir sehen warum das ein guter name ist ja so top down entwurf jemand anders wird sich schön kümmern ok zu dem zeitpunkt ist mein fokus auf nur einem teil problem dann lasst uns mal damit wir irgendwie butter bei die fische geben können konkret werden können lasst uns mal ein konkretes problem ein komplexeres problem irgendwie anpacken und wenn ich hier die folie weiterblättere dann würde ich mir hoffen dass da das komplexere problem kommt ok binary sunset binary sunset on tatooine ihr kennt alle star wars a new hope eine neue hoffnung oder auch episode 4 genannt da gibt es eine ikonische szene in der luke skywalker in der wüste von tatooine steht und auf die untergehenden sonnen von tatooine blickt man sieht das hier in diesem bild bild ist schön und gut ich habe auch was mitgebracht hier nehme ich mein web browser in dem youtube läuft und jemand hat die binary sunset szene mal eingefangen epic musik john williams schaut euch die haare an ok ich könnte jetzt den ganzen film weiter schauen machen wir lieber an der stelle nicht ok also als problem stellen wir uns die challenge mit hilfe von racket eine approximation dieser binary sunset szene aus a new hope nachzustellen ok wie könnte das dann aussehen also das soll unser komplexeres problem sein dass wir an der stelle lösen schon ein bisschen komplizierter als das parkplatz problem ok also das ist mein komplexes problem hier ich möchte in die binary sunset szene aus star wars irgendwie nach modellieren mit den grafischen primitiven mit den einfachen grafischen operationen die ich hier in dr racket zur verfügung habe ok und das ganze soll tatsächlich irgendwie nicht nur ein bild sein dass ich von diesem binary sunset zeichne das ganze soll eigentlich auch eine animierte klamotte werden sozusagen also je nachdem zu welchem zeitpunkt ich mein bild oder meine szene anschaue zum zeitpunkt t je nach zeitpunkt t soll sich die szene verändern genau wie es gerade eben im film auch getan hat ja da war irgendwie dämmerung auf tatooine die sonnen gehen langsam unter hätten wir ein bisschen länger noch weiter nach die die sonnen anschauen dürfen dann hätte sich der himmel verfärbt die sonnen wären untergegangen und so weiter luke hätte auf den horizont gestarrt genau das wollen wir an der stelle irgendwie nachbilden ja also abhängig vom zeitpunkt t möchte ich eine szene haben in der sich der himmel verfärbt von blau nach rot genau wie das so von in der dämmerung irgendwie ist zum zeitpunkt t gleich 0 wenn alles beginnt wird der himmel noch blau sein zum zeitpunkt t gleich 100 das ist das ende meiner szenen betrachtung wird der himmel rot sein also zwischen t gleich 0 und t gleich 100 spielt sich das ganze ab bei die sonnen sollen während meine szene abläuft versinken hinter dem horizont ja bei t gleich 100 sollen sie den horizont erreicht haben oder vielleicht sogar schon ganz versunken sein luke an start aber bei jedem zeitpunkt t auf den horizont ihr habt ihn gerade irgendwie stehen sehen er denkt über seine zukunft nach er start auf den horizont egal ob zeitpunkt t gleich 0 t gleich 10 oder t gleich 100 luke start auf den horizont das sind die drei komponenten 1 2 3 die meine gesamte szene ausmachen werden also rein 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 skizzenhaft würde das dann irgendwie so aussehen wie hier in diesem bild irgendwie angedeutet okay das wäre die szene die wir zeichnen würden natürlich müssen sich die dinge die wir zeichnen irgendwie korrekt verdecken ja also es gibt hier den himmel der würde verdeckt werden von den sonnen die langsam untergehen und die würden verdeckt werden von dem horizont und all den anderen dingen die sich hier im vordergrund befinden wie zum beispiel der homestead der familie lars oder diese wasserevaporatoren oder luke selber die würden irgendwie alles andere verdecken und das ist etwas was wir in unserer szene sehr sehr leicht nachbilden könnten wir würden die dinge einfach in der reihenfolge 1 2 3 übereinander zeichnen hinten den himmel davor die versinkenden sonnen davor den vordergrund mit luke und und dem dem homestead hier wenn wir das in der reihenfolge zeichnen und das übereinander stecken übereinander lagern dann werden sich auch die korrekten verdeckungen ergeben okay also das zeichnen dieser animierten szene das ist etwas was ich mir als das komplexere problem stelle wie geht man daran okay weil ich werde jetzt programmieren mit wunschdenken machen wenn mir doch schon jemand bloß eine szene eine funktion entschuldigung eine funktion gegeben hätte die den himmel malen könnte wenn mir jemand eine funktion für die sonnen wenn mir jemand eine funktion für den vordergrund gegeben hätte wenn ich all das schon hätte dann könnte ich daraus glaube ich ziemlich leicht die gesamtszene zusammensetzen halt durch übereinander lagerung und wie sich das dann ergeben würde das sieht man hier auf dieser slide okay das wäre mein programm eigentlich wäre das mein komplettes programm oder das wichtigste teil des programms den ich für meine binary sunset szene in record programmieren müsste okay das ist eine funktion die nenne ich tatooine okay und ihr seht hier die entsprechende implementation der funktion natürlich fange ich mit einer kurzbeschreibung an so wie uns das bei der konstruktionsanleitung gedacht haben hier sehe ich die die signatur meiner funktion tatooine lasst uns kurz drauf schauen ob das sinn macht die die signatur ist natural wird abgebildet auf image das ist der parameter ein parameter ein natural und was rauskommt ist ein image also das bei der das bei der konstruktion so einer bildhaften szene ein image rauskommt das kaufe ich noch der natural hier vorne das ist unser zeitpunkt t je nachdem wie das t aussieht wird sich das bild verändern es ist also kein wunder dass unsere tatooine funktion den zeitpunkt t eine natürliche zahl zwischen 0 und 100 als parameter bekommt okay und man sieht auch hier hier ist der zeitpunkt t hier ist der zeitpunkt t den kommentieren ja wohl alles klar das ist der zeitpunkt t den die funktion benutzen wird um sich darüber zu informieren hey zu welchem zeitpunkt 0 oder 50 oder 100 soll ich die szene jetzt dann anscheinend überhaupt zeichnen ok und dann zeichnen wir die halt die szene und zwar durch die hintereinander oder über das übereinander legen von drei teil bildern ok dazu dieses übereinander legen dazu gibt es eine eingebaute funktion in racket das ist die overlay funktion oder genauer gesagt die overlay pinhole funktion was es mit diesem pinhole auf sich hat das werden wir später klären ok diese overlay funktion kann verschiedene bilder übereinander legen ja in diesem fall habe ich hier drei bilder spezifiziert die übereinander gelegt werden sollen das hier das erste das erste argument wird das erste bild sein das wird ganz vorne gezeichnet ja das ist das zweite bild das wird in der mitte gezeichnet das ist das dritte bild ihr seht das ist sky das ist der bildschirm hintergrund der wird ganz hinten gezeichnet das ist genau dieses übereinander legen das ich an der stelle irgendwie schon erwähnt habe die sky wird zuerst gezeichnet da drüber kommt die sun die untergehenden sonnen und davor kommt der vordergrund look ok und die werden natürlich alle zum zeitpunkt t gezeichnet den parameter t den ich hier irgendwie bekommen habe den werde ich einfach weiter reichen an die einzelnen funktionen die mir diese teilbilder zeichnen werden ok fertig das ist programmieren mit wunschdenken oder sogenannte top down entwurf ich kümmere mich zuerst um die sogenannte übergeordneten dinge die auf dem sogenannten top level meines problem sind die ganz grobe problemlösung habe ich hier an der stelle schon angegangen die kleinen feineren teilprobleme sowie look sun und sky die sind zu diesem zeitpunkt überhaupt noch nicht implementiert ich wünsche mir herbei dass jemand vielleicht ich die implementation von diesen funktionen irgendwie beisteuern wird wenn ich sie denn schon hätte dann könnte ich sie so zusammenstöpsel mit von overlay um zur gesamtszene zu kommen ok also ich fange in dem top level an darum top down entwurf und arbeite mich erst dann nach unten zu den nitty gritty kleinen teilproblemen vor um die ich mich dann später kümmern würde wir wünschen uns zurzeit deren existenz vorbei das sind black boxes ist es mir zurzeit vollkommen egal wie luke sun und sky implementiert wurden ok dass der ganze approach tatsächlich gut funktionieren kann sehen wir wenn wir hier rüber zu rüber zu racket wechseln ok und ihr seht ich habe die funktion genauso wie auf der slide eben gerade schon zu sehen war habe ich sie einfach hier mit in racket eingebracht ok in meinem buffer ich könnte jetzt versuchen dieses programm auszuführen oder überhaupt irgendwie zu übersetzen mit start aber schon bei der übersetzung wenn sich wenn sich dr racket diese entsprechende funktion anschaut wird es probleme geben es wird hundertprozentig gemeckert dass es keine luke keine sun und keine sky funktionen gibt die das system irgendwie an der stelle nicht kennt und das ist ganz typisch beim top down entwurf wir können es ja mal an der stelle trotzdem mal probieren also einfach mal start geklickt hier ok luke ungebundene variable oder ungebundene identifier würde ich sagen ein identifier derzeit noch nicht mit define definiert ist dieses programm könnte niemals irgendwie analysiert von dr racket übersetzt geschweige denn zur ausführung gebracht werden ein bisschen zu viel wunschdenkender an der stelle es wäre jetzt unsere aufgabe uns um die drei teilprobleme luke sun und sky zu kümmern und genau das werden wir jetzt hier an der stelle tun wir werden uns zuerst um luke kümmern luke ist eine der einfacheren funktionen von den dreien ja das werden wir jetzt als erstes machen aber ich lasse uns diese damit wir gleich hier in dem buffer irgendwie in dem in dem in den definitionsfenster weiter arbeiten können und die dinge die wir jetzt bauen dann auch ausprobieren können lasst uns diese zurzeit noch unvollständige funktion die leider fehler enthält und definierte identifier lasst uns die mal zu diesem zeitpunkt irgendwie aus kommentieren einfach mit kommentar semi cola versehen an der stelle so dass record nicht jedes mal darüber stolpert dass wir und definierte identifier benutzen also ich mag hier das ding einfach mal mit meiner maus hier so und gehe dann hier in das menü record und was ich da sehe ist mit semi cola aus kommentieren das kann ich benutzen um so ein blog von text sehr sehr einfach mit semi cola zu versehen jetzt ist das ein kommentar wenn ich jetzt hier speichern und ausführen würde ja dann hätte zeit nur kommentare mein programm dann habe ich kein problem mehr an der stelle wenn ich dann soweit bin und die einzelnen teile datei probleme zur fügung habe werde ich das einfach wieder aus kommentieren die semi cola an der stelle entfernen und schon habe ich wieder meinen fertigen programm code hier okay dann lasst uns mal die die funktion look zum zeitpunkt t zeichnen sozusagen an beginnen ich höre schon mal den kommentar rüber ich will natürlich mit der kurzbeschreibung beginnen das wird die look funktion okay alles klar ja auch die luke funktion wird einen zeitpunkt t zu dem look gezeichnet werden soll als argument übergeben bekommen und das wird natürlich natural sein okay und was ich von luke erwarte wir sehen das hier schon luke soll mit zusammen mit anderen bildern zu einem großen bild mit overlay zusammengesetzt werden es kann einfach nur sein dass luke an der stelle tatsächlich auch ein image zurückliefert das ist eins der teilbilder die übereinander legen werden okay was jetzt eigentlich kommen würde wären testfälle okay mir fällt ein testfall ein mit dem ich kontrollieren könnte dass sich der teil dieser vordergrund teil der look zeichnet der sich mit der zeit nicht verändern soll wie wir gesagt haben dass er sich tatsächlich nicht verändert egal zu welchem zeitpunkt ich diese luke funktion aufrufe zum beispiel zum zeitpunkt 0 die soll sich nicht verändern und nicht unterscheiden von dem bild das zurückgeliefert wird zum zeitpunkt 100 zum beispiel auch nicht zum zeitpunkt 50 auch nicht zum zeitpunkt 20 ich könnte doch einige mehr von den checkexpects hier einbauen ich mache das mal aus gründen der zeit sparen ist hier an der stelle nicht aber das ist das was sich an der stelle eigentlich erwarten würde okay dann könnte ich doch die luke funktion bauen okay die würde ein parameter haben nämlich den zeitpunkt t ich nenne den auch mal hier zeitpunkt t das ist der zeitpunkt zu dem zu dem luke gezeichnet werden soll jetzt wissen wir dass der zeitpunkt t das entsprechende bild das im vordergrund gezeichnet werden soll überhaupt gar nicht beeinflussen soll luke start auf den horizont zum zeitpunkt 0 und zum zeitpunkt 150 t hat hier auch gar keinen einfluss und es wird uns gleich nicht wundern dass hier in dem body der funktion luke überhaupt gar kein t vorkommt ja wir werden den parameter t an der stelle an die luke funktion überhaupt gar nicht erst übergeben zu diesem zeitpunkt ich habe das hier trotzdem gemacht um das erst mal hier so ein bisschen gleichförmig zu gestalten okay und vielleicht überlegen uns ja später dass sich im vordergrund zum zeitpunkt d vielleicht doch irgendwie was ändern soll zu dem zeitpunkt ist es nicht so darum wird diese funktion die einfache implementation die ich jetzt hier angebe das t einfach ignorieren und die implementation die ich dazu wählen werde ist wirklich super einfach hier ist die implementation ich habe die mal rüber kopiert da ist sie das ist der vordergrund der ist eine teilbild das ich an der stelle benutzen werde ein lego star wars luke der vor dem homestead der familie lars steht und ja sinnierend irgendwie auf den horizont blickt das ist mein 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 vordergrund und der ist völlig unabhängig vom zeitpunkt t das ist ein bild literal eine konstante die sich nicht ändern wird das t wird sowieso ignoriert zu jedem zeitpunkt t wird diese luke funktion immer diesen entsprechenden hintergrund oder vordergrund der wie ausgeben okay das ist doch schon mal was also schon mal schon mal übersetzen hier an der stelle wunderbar also luke zum zeitpunkt 0 ja das ist das bild hier luke zum zeitpunkt 50 völlig völlig egal luke zum zeitpunkt 100 ihr seht da kommt immer genau das gleiche bild raus wie sollte es auch anders sein das ist unser vordergrund ein drittel unseres wishful thinking an der stelle schon haken hinter ok hervorragend so jetzt wenn wir hier an der stelle schon haken hinter haben dann müssten wir jetzt noch sun und sky anschauen um diese implementieren und damit unsere sache und wie zu kompletieren lasst uns mal einen blick auf sky werfen hier an der stelle okay bei sky hatte der parameter tatsächlich einen einfluss auf das ganze denn die farbe des des himmels sollte sich so langsam von blau nach rot verfärben okay also bei der implementation von sky der funktion sky wird es wahrscheinlich so sein dass der parameter t nicht ignoriert wird wir müssen den parameter t irgendwie benutzen um die farbe des himmels zu entscheiden okay dann lasst uns mal hier an der stelle weitermachen was ich jetzt erstmal benutzen werde weil ich werde den den himmel den himmel den werde ich hinter dieses bild hinter dieses bild und die zeichnen müssen der himmel wird genauso breit und genauso hoch sein müssen wie dieses bild von legos von lego skywalker luke an der stelle der himmel sollten wie ganz genauso in der größe dazu passen darum was ich hier machen werde ist mir erst mal die breite entschuldigung die breite und die die höhe der szene berechnen wie breit und wie hoch muss eigentlich der himmel sein ich den ich hinter dieser szene wie zeichnen okay also die breite das wird die tatooine width sein und das wird ein natural sein die breite von so einem bild messen wir in pixeln in bildpunkten okay wie komme ich bloß an die breite in bildpunkten dieses vordergrundes dran gott sei denn gibt es dazu eine eingebaute funktion in dem image teach pack von von racket okay und die funktion heißt image with image with okay ist glaube ich eine selbstsprechende name für diese funktion rein geht ein bild raus kommt die breite des bildes in pixel und genau das werde ich mir an der stelle hier in tatooine width wie merken den namen tatooine width an das ergebnis dieser image with funktionen binden was ich hier brauche ist das bild dessen breite ich analysieren will und ich weiß welches bild ich analysieren will look zum zeitpunkt 0 könnte auch zeitpunkt 100 oder 50 oder 42 sein ist völlig egal ist sowieso immer das gleiche bild look zum zeitpunkt 0 ist ein bild mit einem bestimmten breite die breite die hätte ich gern okay das wäre das eine und dann bitte noch die höhe des bildes die tatooine height das ist ebenfalls natural den ich mir an der stelle greifen werde und da ich kann das mal kopieren hier das ist ja eigentlich fast das gleiche was ich da irgendwie eingeben muss ich möchte die tatooine height definieren und ihr könnt schon denken es gibt nicht nur eine image with funktion es gibt auch eine image height funktion okay so jetzt hätte ich auch die höhe gemessen in pixeln dieser szene hier die die ich jetzt gleich blau markiere oder grau markiere die hätte ich jetzt auch die hätte ich jetzt auch im wickel und damit hätte ich die entsprechenden ausmaße des rechtecks an himmel dass ich irgendwie dazu zeichnen muss die hätte ich jetzt an der stelle schon in der hand lasst uns mal schauen ob das tatsächlich funktioniert wir können ja mal irgendwie tatooine width angucken ok 800 800 pixel ist das bild breit ok wir können auch mal das image height einfach hier mal zu fuß aufrufen die image height von zum beispiel von dem bild von luke skywalker ich könnte hier auch ok das bild von luke skywalker die image height von dem ding ist 331 pixel und tatsächlich wenn ich meine definition von tatooine height anschaue 331 pixel genau das was an der stelle irgendwie zu erwarten war ok so damit sind wir jetzt eigentlich schon ganz gut dabei ich möchte jetzt an der stelle aber das video tatsächlich beenden tatsächlich haben wir erst ein drittel des visual thinking aufgelöst uns bleiben noch zwei dritte zu bearbeiten aber soll ja auch noch mehr videos geben in diesem chapter 2 wir machen das video an der stelle einfach mal dicht und wer bock hat sich anzuschauen wie das visual thinking weiterhin aufgelöst wird der guckt sich einfach das nächste video playlist an bis dahin haut rein und bis gleich